Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Jo, wie schaut's aus? Lasst uns mal gemeinsam reinschauen, was hier bei deinem König beziehungsweise bei deiner Königin oder eben auch einfach nur bei dir, Solosi, sein könnte. Bitte macht euch klar, das sind allgemeine Legungen, die können auf dich zutreffen, müssen aber nicht. Wir haben alle eine eigene Intuition, wir haben alle einen eigenen freien Willen, um unser Leben selbst nehmen können in die Hand. Aber du kannst natürlich wirklich mal schauen, was könnte hier vielleicht so Unbewusstes in dir hochkommen, während ich hier diese Legungen mache. Vielleicht hauen ja so ein paar Inhalte auch hin. Und es ist tatsächlich auch nicht auszuschließen, dass du damit in Resonanz gehen kannst. Also, wir legen los. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Zumindest erst mal als Hauptüberschrift, worauf darf ich hier aufbauen? Und da hat sich schon eine gezeigt. Wir haben gut Ding, will Weile haben. Bevor ich jetzt alles vorlese, gehe ich kurz, ich tauche kurz ein und dann sage ich euch, was hier Solosi sein könnte. Also, es ist wirklich eine sehr schöne Karte hier. Also, dein König, deine Königin will mit dir jetzt demnächst auf jeden Fall was Schönes unternehmen. Ja, also, hier will aber auch jemand, weißt du, weil es heißt, gut Ding, will Weile haben, ist es natürlich unabdingbar, dieser Sache eben auch mit Geduld gegenüber zu treten. Ja, also, das hier ist eine Sache, die geht nicht von heute auf morgen. Und es ist auch eine Sache, die heute hier scheinbar noch nicht so klar ist. Aber Interesse besteht. Es ist vielleicht jetzt auch einmal all meine lieben Singles da draußen gerichtet, wenn ihr hier vielleicht irgendwo zindert oder im Netz unterwegs seid oder irgendwo, ihr könnt auch draußen unterwegs sein, dass ihr hier demnächst jemanden trefft, der gar nicht abgeneigt ist von dir. Also, das ist schon meine Message, die ich dir heute geben darf. Hier ist jemand nicht abgeneigt von dir. Ja? Und jedoch ist er noch nicht offen dafür, er ist blockiert. Also, hier traut sich jemand noch nicht so wirklich. Also, vielleicht ein bisschen schüchterner Typus hier. Oder hat halt auch in dieser Legung schon genug Scheiße erlebt, wie wir alle eben irgendwo auch. Ist nichts Neues und selbst das könnt ihr euch ja auch zusammenführen. So, was haben wir hier? Aber das Warten wird sich hier lohnen, denn eure nächste Begegnung wird wunderschön werden. Du kannst dich drauf freuen, du kannst lächeln. Es ist hier eine Message, wo ich dir heute sagen darf. Lange Rede gar keinen Sinn. Hier passieren irgendwie wunderschöne Dinge, wo du dir keinen Kopf machen musst, dass das hier in falsche Bahnen, dass du irgendwie auf dem falschen Weg bist, mit einem Typen oder mit einer Kirsche, den oder die du hier demnächst vielleicht antreffen würdest, könntest oder eben schon angetroffen hast. Ja, wir haben hier so einen kleinen Mats, der noch ein bisschen schüchtern ist. Ein bisschen blockiert, vielleicht auch hier wieder in dieser Legung aus Gründen beschissener Erfahrungen einfach. Oder warum auch immer. Lasst uns mal die Karten befragen. Was schickt denn er dir hier für einen Engel? Für einen Engel der Liebitsch. Also das heißt, wenn du jetzt in so einem leidenschaftlichen Modus bist, immer so go for it, 100 Prozent. Nicht Alkohol, nicht 100 Prozent Alkohol. Aber wenn du hier halt, ich sag mal so eine Rampensau bist und am liebsten alles schon gestern hättest, dann triffst du jetzt wirklich auf jemanden, wo du dich echt in Geduld üben solltest. Aber ich kann dir halt sagen, es wird sich lohnen. Was schickt er dir denn für einen Engel? Hm, den Flirt, meine Hase. Ja, das ist so das, was ich hier so reinbekomme für viele, die sich jetzt irgendwie vielleicht auch für eine neue Person öffnen oder ich weiß auch nicht, jemand ändert sich hier auch in einer gewissen Art und Weise. Es soll locker, fluffig, leicht gehen. Das ist das, was er sich hier wünscht. Wie ich es immer so schön sage, locker, fluffig, leicht durch den Schlippi atmen. Und hier geht es wirklich darum, dass du eben auch, und das ist das, was er hier sehr genießen wird oder aktuell auch sehr genießt, dass du in so einer locker, fluffig, leichten Art einfach bist, gerade weil er das hier scheinbar auch nicht ist. Also in dem Sinne holst du ihn ja wirklich mit deinem Charme, mit deinem Feuer, mit deiner Leidenschaft hier schon raus. Also ich habe es hier schon rein intuitiv ja schon ermittelt, dass du dann vielleicht wirklich eher so eine so eine Rampensau bist mit 100% die du da gibst und ja, bleib hier flirty, hurty und in deiner Leichtigkeit. Das ist halt das, was er oder sie hier eben sehr an dir schätzt. Also du gibst, ich glaube, du wirst es hier mit einem Typen oder mit einer Kirsche zu tun haben. Du befindest dich oder er kommt so gefühlt in sein Higher Self ganz einfach, weil ich dich hier als sehr positiven Menschen einfach auch wahrnehme und das tut er auch und du holst ihn so ein bisschen aus einem Moloch raus. Ja? Was habe ich denn hier noch für eine Kartitsch, die er dir schickt? Na ja, der Magier. Also der hat hier so eine Mega, also der verspürt oder wird eine Mega-Anziehungskraft zu dir verspüren, einfach weil du so ein positives, optimistisches Gemüte hast. Also man ist, oder man wird magisch von dir angezogen sein beziehungsweise sich magisch von dir ausgezogen fühlen, da kann der gar nicht anders. also er wäre hier tatsächlich dann auch bereit, was auch immer das heißt und du kannst es halt hier alles auch manifestieren. Also ich glaube, wenn du jetzt die Jahre über in so einem Trott drin warst von einer toxischen Verbindung, ich sage ja immer so schön, ich glaube so die letzten drei Jahre, da ging es ja wirklich viel darum, wo sich viele gefragt haben, meldet er sich, wann kommt er wieder oder on-off, beziehungsängstlich, was weiß ich und jetzt dreht sich ja das alles so. Das Blatt wendet sich, ja, wo ihr jetzt in so einen Modus kommt von, hey, ich bin so mega daran gewachsen, was mir da eigentlich für Scheiße wiederfahren ist. Streich ja eigentlich, dir ist Scheiße wiederfahren und plötzlich erkennst du in dir ja dein Leuchten. Also das ist zumindest diese Legung, die ich für euch heute habe, für die Frauen oder die Männer, die nach einer bestimmten Phase jetzt wirklich ihr Leuchten wieder, ihr Leuchten? Ja, ihr inneres Leuchten wieder entdeckt haben. So, und weißt du, jetzt stehst du so da mit deinen 100 Prozent, mit deiner Leidenschaft, in deinem Higher Self, bist locker fluffig leicht, weil du auch irgendwo Wege gegangen bist, wo du für dich geheilt bist, einfach. Du weißt jetzt einfach auch mehr, was du willst und was du nicht willst. Und dann triffst du jetzt hier auf einen Typen oder auf eine Kirsche oder du bist ihm oder ihr schon begegnet und plötzlich kannst du das alles irgendwie anwenden und schau mal, wie die Energien sich auch ändern. Also plötzlich kommen hier ja Legungen, wo es nicht mehr möglich ist, hier mit jemandem intimer zu werden oder wirklich eine Verbindung aufzubauen. Plötzlich schaust du ja hier Videos oder Legungen, Energien, wo ja plötzlich auf einmal das Unmögliche möglich wird, wo du dir jahrelang vielleicht auch gedacht hast, ich werde nie meinen passenden Deckel finden. Ja, und hier ist halt eine Energie, wo ich dich sehe, dass du irgendwo geheilt bist. Du wirkst anziehend, du wirkst sexy, du wirkst einfach so, als ob du weißt, was du willst und ich glaube nicht, dass du jetzt hier große Probleme hast, irgendeinen Typen oder irgendeine Frau hier an Land zu ziehen. Hier ist nur das Manko, mit deiner Leidenschaft und Flirty-Hurty kannst du machen, aber es wird nicht gleich fruchten. Weil hier ist jemand vielleicht ein bisschen schüchtern oder noch nicht ganz raus aus irgendeinem bestimmten Prozess, wo du schon längst jetzt raus bist. also habe Geduld, aber du darfst dich schon drauf freuen, denn du hast Charisma, du hast halt das, was sich jetzt hier jeder Mann oder jede Frau wünschen würde. Das hast du jetzt. Und vielleicht kannst du es nicht glauben, weil eben eine lange Zeit so viel, du musstest vielleicht eine lange Zeit so viele Hürden irgendwo überstehen. und jetzt ist es aber so, dass du einfach eine geile Sau bist. Nennen wir es doch mal beim Namen. So, so du geile Sau. Jetzt, jetzt lege ich mal für dich noch eine Karte an meine geile Sau. Ja, ich habe für dich die Acht der Erde. Ja, gekonnter Arbeit. hast halt gekonnt, an dir da rumgewerkelt. Also jetzt mal wirklich ernsthaft gesehen. Du hast viel über dich, viel über dich selbst gelernt in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, in den letzten Jahren, mein Hase. Ja, und du wirst jetzt belohnt. Das ist das, was ich jetzt zu Eingang schon einfach gesagt habe. Du wirst jetzt einfach belohnt mit jemandem, der oder die vielleicht auch ein bisschen zögerlicher ist. Und ich sage auch mal, warum nicht? Es wird jetzt nicht so eine so eine Rampensau in dem Sinne sein, aber das ist genau der Typus Mensch, den du hier irgendwo gefühlt an deiner Seite, ich sage jetzt mal, brauchst. Ja? So, mein Hase. Gekonnter Arbeit wird belohnt. Du wirst belohnt werden. Ein Typ kommt hier auf dich zu. Geduld, Geduld. Du hast dich wirklich sehr gut weiterentwickelt hier aufgrund der letzten Jahre. Flirty, Hörty, große Anziehungskraft. Ja, was soll ich da drauf noch legen? Er fühlt sich angezogen, ausgezogen von dir. Wie geht es weiter? Komm, eine kleine Quintessenz, aber dann bin ich schon durch, oder was? Weil das ist jetzt ehrlich gesagt vielsagend. Das guckt mal die Welt, eine Quintessenz für euch beide. Es ist das wiedergefundene Paradies. Es ist die Königskrönung des Helden. Also heute kann ich dir sagen, hast alles richtig gemacht. auch hier wieder gelungene Arbeit, Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit und auch der Weg der Erleuchtung. Wunderschön. Das ist für euch beide. Also dieser Mensch hier empfindet, wenn ihr vielleicht schon Kontakt habt, wird er oder empfindet die ganze Zeit irgendwo schon so eine mega Dankbarkeit, dass man dich in seinem Leben hat. Weil du schaffst es einfach, hier jemanden oben zu halten. Aufgrund deiner ganzen Art. Aufgrund, ich kann mir nur vorstellen, dass ich hier einen puren Optimisten habe, der eben wirklich an diesen Typen oder an diese Kirsche glaubt, mit dem man es hier oder mit der man es hier zu tun hat. Und da ist dir hier jemand einfach sehr, 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 sehr dankbar. Oder es wird jemand sehr dankbar sein, dass du es schaffst, hier jemanden so gefühlt ein bisschen aus seinem, ihrem Moloch zu holen. Und ihr werdet euch zusammen eben rund fühlen, wie die Welt. Und dankbar, dass ihr euch hier kennengelernt habt. Das ist schön. Das ist jetzt wirklich eine Short Message dann wahrscheinlich. Mehr möchte ich da gar nicht zulegen. Das ist auch jetzt meine Message an dich. Also so ein kleines Bonbon für dich, dass sich das auch jetzt so langsam mal auszahlt, aufgrund schlechter Erfahrungen und so weiter, wo du da gerade für dich stehst. Guck mal, du bist hier vollkommen in deiner Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Und einige, die sagen, boah, Königin, nee, noch lange nicht. Dann kann ich dir sagen, doch, wirst du werden. Du kommst auch dahin, dass ihr den Sinn dahinter erkennt, wenn ihr in so einem beschissenen Prozess seid. Wo führt das Ganze hin? Die Sinnhaftigkeit. Und das ist auch wichtig. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Aaron Antonowski kennt. Der beschäftigt sich ja mit der Salutogenese. Also das heißt, ich weiß, jetzt wird es ein bisschen fachlich, aber wir haben ein bisschen Zeit. Vielleicht kann ich euch da mal eine kleine Geschichte erzählen, um mit solchen Situationen halt auch einfach klar zu kommen. Weil der hat zum Beispiel Menschen aus dem KZ beobachtet, die ja sozusagen in Krisensituationen stecken. Und einige davon, die haben es geschafft, nach dieser Zeit ein ganz normales Leben zu führen. Und andere sind tatsächlich gestorben, weil sie diese Belastungen, diese Erinnerungen, es ging nicht, sind nicht darauf klargekommen. Und es geht halt darum, inwiefern du gewisse Widerstandsressourcen hast, um Krisen bewältigen zu können. Und jetzt gehen wir mal von dem krassesten Fall ab, wie Krieg. Und solche Lebensumstände und so weiter. Jetzt kommen wir mal in diese Situation hier rein. Weil ich denke, ihr wisst ganz genau, wie schwierig es für euch sein könnte, mit einem Menschen zusammen zu sein, den man liebt. Was nicht heißen soll, dass das immer schwierig ist. Aber gerade, wenn du vielleicht in einer toxischen Verbindung bist, vielleicht bist du auch in einer Affäre. Und dann könntest du das Gefühl haben, es ist gerade so geil, so erquickend und endlich lebe ich mal wieder. Aber, wenn du dann irgendwie später mal so drüber nachdenkst, merkst du eigentlich, dass du gefühlt in einer Wahrnehmungskrise bist. Du hast eine Krise. Und dann kommt hier die Königin der Kelche, tippst auf mein Video und hoffst, wo geht das Ganze hier hin? Werde ich es schaffen? Kommen wir zusammen? Liebt er mich? Lieb ich mich? Und so weiter und so fort. Und da gibt es sogenannte Widerstandsressourcen, um damit klarzukommen. Und das ist einmal die Verstehbarkeit, dass du als allererstes für dich erst mal verstehst, warum passiert mir das gerade? Da kannst du dir schon mal Notizen machen. Warum befinde ich mich gerade in so einer toxischen Verbindung? Warum hänge ich gerade an einen Typen oder an einer Kirsche, der oder die mir scheinbar gar nicht gut tut? Warum kann ich nicht loslassen? Dann gehen wir weiter zur Handhabbarkeit. Wie kannst du damit auf Dauer erst mal umgehen in dieser Krisensituation? Was für eine Haltung selbst kannst du einnehmen zu diesem Mann und dieser Situation? Und dann kommen wir zur Sinnhaftigkeit. Welchen Sinn könnte das hier alles ergeben? Oder was hat mir das für einen Sinn gebracht, in so einer Scheiße zu stecken? Und wenn du das für dich mal aufschlüsselst und verstehst, dann schaffst du es tatsächlich, leichter mit diesem Prozess umzugehen. Manche können es nicht, also dann geht es eben wirklich darum, auch die können es vom Intellektuellen her nicht greifen. Ja? Aber ihr könnt das. Nehmt Zettel und Stift, schreibt euch das auf. Und was immer wieder wichtig ist, reden, reden, reden. Sucht euch eine beste Freundin, sucht euch einen besten Freund. Ja? Also es ist dann sozusagen, wenn man reden will, man muss etwas klären, die Seele reinigen. Und wenn du dann eine gute Freundin hast oder einen Freund, ja, dann ist halt er oder sie einfach mal gefühlt eine Klärgrube. Es ist aber wichtig, um die Seele befreien zu können. Es ist ein krasser Prozess und nicht jeder weiß, wovon ich hier heute wahrscheinlich rede, aber die, die es wissen, ihr könnt es gerne annehmen, was ich euch hier heute sage. Und diese Legung, die ich hier jetzt gemacht habe für euch, zeigt mir, dass hier jemand aus einem gefühlten, aus einer Krise herausgewachsen ist und wirklich wie Phönix aus der Asche empor steigt und jetzt die richtigen Männer oder die richtigen Frauen hier anzieht und du wirst belohnt werden. Weil du jetzt eine geile Sau bist, die einfach weiß, was sie will und die weiß, was sie nicht mehr will. Ja, genau. Und genau, ich hatte ja hier jetzt deine Freiheit gelegt. Du fühlst dich frei. Ja? Oder du kommst in diesen Modus an all die, die sich noch lange nicht so fühlen. Das ist das beste Video dafür, dass es sich lohnt, aufzustehen, durchzugehen. Was schickt ein Schätzelein dir für ein Herzilein? Schätzelein, was suchst du, was ist das schön? Guck mal, der sagt nämlich, ja, zu dir. Klimperklar durch die Legung schon, aber es ist auch dieses, ja, wenn Liebe die Antwort ist, wozu hier noch Fragen stellen. Deswegen, ich war ja relativ schnell jetzt durch, aber das ist einfach, weil du deine Haltung irgendwie geändert hast. Du hast dich verändert und ziehst jetzt genau den richtigen Typen oder die richtige Kirsche an. Und es ist jemand, der sagt zu dir, ja. Und ob das Liebe ist, die Frage stellt sich nicht. Ja? Unterm Kartendeck, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Stimmiger geht's heute nicht. Sorry, dass ich euch nichts Schlechteres legen konnte heute, aber ich freue mich. Dieser Pokal geht hier heute an euch. Genau. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviertet, Glock sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.